So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Tja, und ich bin immer noch ganz hübsch mit meinen Frauengleitern. Nun, neues Gebiet, das erkunde ich zuerst mal. Was ist das denn? Ein brennender Käfig. Tag der Herr. Mal schauen, was das neue Gebiet so breit hält für mich. Ich habe keinen blassen Dunst, was da alles auf mich zukommt. Nein, 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 nein. Hat ein Säbel. Das ist Laufgang. Tja, mal schauen, was da so alles... Oh, was da so geht. Was da so passiert. Denn ich habe ja eine lange Zeit nach dem neuen Gebiet gesucht und wusste nicht, was weitergeht. Und jetzt haben wir es endlich gefunden. Yay. Oh nein, nochmal. Das sind so... Ah, die Märkte so komisch ist... Was ist das? Was ist das? Nicht... Was? 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 Was ist jetzt passiert? Da liegen 33.000... 33.000 Euro. Die darf ich nicht verlieren. Oh Mann. 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 Okay, jetzt einfach keine Fehler. Sehr schön. Nummer 1. Dann mache ich leider drei Schläge. Ich glaube, die Waffe wieder mal zusammen. Ich hoffe, sie liegen am Boden. Tun sie das? Ich befürchte wahrscheinlich nicht. Der eine hat sie da. Warte mal, da oben steht einer. Ah, weit, 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 weit weg. Dich brauche ich, mein Freund. Warte kurz. Komm, ich erkunde zuerst aus oben. Triff gehen. Jude Sache. Jude Sache. Was ist das? Hier ein Schleichweg? Ja, sieht mir danach aus. Will ich aber nicht gehen. Will ich nicht gehen. Ich will den Originalweg gehen. Obwohl ich könnte die Hunde auf einen Schlag auslöschen. Oder? Die haben mich jetzt gesehen. Mindestens der eine. Komm, liebe Tülle. Die Geräusche, die ich vor mir gebe. Nicht gut. Ach so. Aus diesem Grund kommen wir da. Runter. Wegen dem Werfenden. Wegen dem Werfenden. Boah, Mann. Was sind... Die Schläge, die die drauf haben. Und was für ein hübscher Mann. Das ist... Hübscher Mann. Hübscher Mann. Ich dreh noch durch. Ich brauch eigentlich irgendwie eine Fernkampfwaffe, aber irgendwie geht das nicht. So ein Gewehr wäre nicht schlecht. Ich hab zwar den Gewehr... Spier. Aber der erfüllt den Zweck nicht, den er sollte. Ich glaube, die haben einen extrem törtlichen Schlag mit der Haft. Ich hab einen aller kräftigen Schlag. Vielleicht liegt es auch an der Rüstung, die ich... Ups. Die ich anhabe. Wow, 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 wow. Wow. Ist das neu? Wie? Ah, das ist, wenn man hier draufsteht. Oh. Und dann noch so asoziale Fallen. Ja, vielen Dank. Aus. Böses etwas. Also, ich will meine 33.000 Echos wiederhaben. Ich hab da keinen Bock, nochmal zu sterben. Komm. Komm. Der kann auch weit werfen, der Junge. Das ist neu. Habe ich per Zufall auch was zum Werfen? Ja. Weißt du was? Ich werfe mal was zurück. Was hältst du davon? Was habe ich jetzt geworfen? Wo ist der andere? Töle, Töle. Ah, genau. Ich hab ihm... Manchmal bin ich schon ein Vogel. Ich hab ihm Öl angeworfen. Das bringt ja nicht. Öl. Öl ohne was brennt ja nichts. Brennt nicht. Es brennt nur so. 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 Willst du noch? Ach, come on. Wirklich? Aus. Böse. Und gut, ist wegesfrei. So. Endlich. Nach gar nicht lange gedauert. Tja, und nun? Ganz ehrlich, ich habe Angst, dass ich hier wieder auf eine Falle trete und sterbe. Oder mir so einer kommt. Ups, das war zu früh. Nein. Mann, bin ich sexy mit den Frauenkleidern. Bestien-Tabletten. Bestien-Tabletten. Ich weiss immer noch nicht, was ich damit machen kann. Den Bestien-Tabletten. Ich gehe hier einfach mal links weiter und schaue mal, was hier ist. Oh, ich Idiot. Oh, ich Idiot. Ich habe es noch gesagt, ich habe Angst vor den Fallen. Ich komme nicht aus dem Wald. Aus dem Wald. Material für ein Ritual des Heiligen Kelsches. Interessant. Kennen wir alles schon. Du stirbst wieder knapp nicht. Oh, oh, oh. Ich stehe schon fast wieder auf die Falle drauf. Da ist es befestigt und da oben ist es drauf. Wie sehen die Fallen eigentlich aus? Ach so, mit noch Holz drauf. Nein. So. Get off. Ich schleiche mich hier einfach mal ran vorbei. Geht das? Jep. Aus der Seite. Einem Ort, wo ich nicht weiterkomme. Hier ist eine Sackgasse, oder? Toll gemacht. Guter Wald. Freude herrscht. Super Sache. Yeah, 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 yeah. Und wenn du mich nicht siehst, dann schleiche ich mich vorbei. Ei, 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 ei. So. Jetzt treten wir nicht nochmal auf die Falle. Ich muss mich einfach gut auf den Boden achten. Da vorne ist sie. Und da sind noch mehr Gegner. Oh Gott. Ich trau dem Wald nicht. Da steht wieder einer hinten, versteckt. Oh Mann. Ich töte die alle, Vorsicht, sauber. Ich weiß nie. Ein versteckter Pfad. Ich hab die Orientierung absolut verloren. Absolut verloren. Das sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Wenn man entgegen geht für mich. Oh Gott. Was hier für Kreaturen gestorben sind. Und was ist das? Wasser? Ich frage mich, ob ich sterbe, wenn ich da runterspringe. Und zuerst gucke ich mal, was hier ist. Was ist denn das für ein Gebiet? Was ist denn das für ein Gebiet? Mei, 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 mei. Kann ich hier rein? Oh, das ist... Oh, das ist Gift. Oh nein. Nein, doch kein Gift. Habe ich eben ein Kleidungsstück, das ein bisschen giftresistent ist. Das wäre natürlich flotte Sache. Mal gucken. Langsame Giftresistenz. 20 habe ich hier drauf. 16, 20. Schwarzer Kirchenhut. Schwerzes Kirchengewand wahrscheinlich auch. Ja, 60. 32. Gut. So. Okay. Und jetzt muss ich zuerst mal evaluieren, wo hier die erste Lampe ist. Vielleicht soll ich zuerst mal schauen, wie die Gegner hier kämpfen. Gegengift ist ausgerüstet. Ups. Okay, hier hat es... Oh, 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 oh. Was ist das denn? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Kommst du hier rein? Nein, kommt er nicht. Okay. Ups. Ja, das kann länger dauern. Ja, das ist immer noch ungeheuer wenig Schaden, den ich mache. Steckst du eigentlich fest? Klar, der hat einen Schlag gemacht und steckt jetzt hier fest. Ja, er steckt fest. Das hindert ihn aber nicht am Schlagen. Ich will mal schauen, was du droppst, wenn du stirbst. Das ist ein bisschen sehr nahe. Das finde ich doch gut. Come on. Nein. Boah. Stirn. Yes. 2711. Boah. Und die droppen scherpen. Und jetzt haben wir noch die. Und die sind nicht gut. Ich finde die Stelle nicht gut. Ob ich mobs mal, was zu mobsen ist. Wo bin ich jetzt? Ich habe die Leiter gesehen, für alle, die sagen. Hat der die Leiter nicht gesehen? Doch, ich habe die Leiter gesehen. Ich will zuerst... Ich hoffe, jetzt kommt eine Lampe. Dann habe ich hier ein Backup. Ein Backup. Lampelein. Boah. Was hier alles gestorben ist am Rand. Das sieht ja ekelhaft aus. Oh, warte kurz. Warte kurz. Könnte das... Ist das die Möglichkeit? Bitte ist es die Möglichkeit. Vielleicht ist das die Öffnung zu der anderen Seite. Bei der Lampe. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, da ist ein Tor verschlossen. Und möglicherweise kann es sein, dass das hier, wo ich jetzt hingehe, das Tor öffnet. Dass ich da immer so schnell durch kann. Wir sehen es gleich. What the fuck? Hier? Das ist das Anfangsgebiet. Das ist, glaube ich, das Tor, wo man... Okay. Okay. Nein. Nein, nein. Ist okay. Nein, ist okay. Und wo geht es hier hin? Nochmal irgendwo hin? Warte, kann ich hier klopfen? Hallo? Niemand zu Hause. Wow. Na gut. Der steht auf der anderen Seite. Das hier ist aber der Anfang. Der Anfang vom Ganzen. Der ist Zentrum. Nett. 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 Tja, aber ich sehe die Zeit. Tut mir leid. War jetzt nicht wirklich die spannendste Folge überhaupt. Aber gut, was will ich machen? Irgendwas nicht anders. Ich muss das halt erkunden. Und in der nächsten Folge schaue ich, was da unten ist. Und dann haben wir noch ein ganzes Waldgebiet, das wir erkunden können. Tja. Ich sage an der Stelle, bis zur nächsten Folge von Bloodborne. Ich freue mich drauf.